Unser Bildungssystem stammt, so wie wir es heute kennen, aus dem 19. Jahrhundert und hat sich im 20. Jahrhundert nur graduell verändert. Die Kinder, die jetzt eingeschult werden, gehen im Jahr 2070 in Rente und sie werden in einer ganz anderen Welt leben, als wir oder als unsere Eltern. Unser Schulsystem belohnt in allererster Linie auswendig lernen. Sie müssen für eine Klausur, für eine Arbeit lernen und anschließend dürfen sie es getrost wieder vergessen. Was sie stattdessen lernen müssten, ist, sich in einer immer komplexeren Wirklichkeit zurechtzufinden. Die zukünftigen Berufe werden Berufe sein, in denen die Kinder Probleme lösen müssen, flexibel sein müssen, kreativ sein, eigenständig sein. Alles das lernen sie nicht zureichend in der Schule heute. Ich schreibe ein Buch über das Bildungssystem und es vertritt die These, dass wir die Schule nicht einfach nur reformieren müssen, sondern dass eigentlich alles, wie es gegenwärtig in der Schule zugeht, erneuert werden müsste. Es gibt eine schöne Weisheit von Konfuzius und die heißt, das, was man erklärt bekommt, das vergisst man wieder. Das, was einem vorgemacht worden ist, daran erinnert man sich. Aber das, was man selber getan hat, das kann man. Wir brauchen andere Lehrer, die aus anderen Motiven den Beruf ergreifen. Wir brauchen ganz andere Lehrpläne. Wir brauchen andere Lernmethoden. Mit anderen Worten, wir brauchen keine Bildungsreform, wir brauchen eine Bildungsrevolution. Jeez, ist das Schönsteiger, wenn man einen Karten hilft, es heilt die Ziegelschiff. Vielen Dank.